Google grüßt euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Riders. Ich habe richtig gute Laune, das Wetter ist bombastisch und wir fahren heute endlich mal wieder raus. Das geht erstmal in Richtung Marga Stausee und dann mal schauen wo die Reise uns hinführt. Und euch nehme ich heute mit. Los geht's! Das 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 geht's!